So, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu FreeJS. Heute wird es wahrscheinlich ein etwas kürzeres Video, aber dafür mehr Hintergrundwissen als Code. Das sind tatsächlich nur zwei Zeilen-Codes, die sich hier irgendwie ändern. Okay, drei Zeilen vielleicht. Aber ja, im Endeffekt geht es um folgendes Problem. Und zwar, wenn ich hier diesen wunder, wunder, wunderschönen Block habe und einmal ganz kurz da rechts drücke, dann... Oh, äh, das... Ja, mit A und D sollte ich das machen. Dann sehen wir hier, dass der Block einfach viel zu schnell ist, ja. Und wie gesagt, das liegt daran, dass wir hier eine sehr hohe Zahl eingestellt haben, nämlich 1. Auf der anderen Seite ist aber das Problem, wenn ich jedes Mal einen neuen Frame berechne. Also, wenn ich diese Update-Funktion aufrufe, dann berechne ich ja jedes Mal ein neues Frame. Das heißt, schnellere Computer berechnen natürlich mehr Frames als langsamere Computer. Und in einem Spiel führt das dazu, dass dann auf meinem Rechner zum Beispiel, ähm, der von mir aus sehr, sehr schnell ist, die, ähm, Sachen hier schneller berechnet werden. Aber auf einem langsameren Computer, zum Beispiel auf einem Handy auch vielleicht, da, okay, da kann man keine A und kein D drücken, aber sehr, sehr langsame Laptops würden hier viel, viel langsamer sich bewegen können. Und in dem Spiel ist das natürlich absolut fatal, wenn die sich nicht gleich schnell bewegen. Dazu gibt es die Glock, meine Damen und Herren. Und damit meine ich nicht die Waffe-Glock, sondern die, die Uhrzeit-Glock, okay? Und ja, die bekommen wir ganz einfach über eine 3.Glock. Und die wird mir sogar schon vorgeschlagen. Das ist ja insane gut heute. Der Hammer. Ähm, ja, und was wir mit dieser Glock machen, ist im Endeffekt nichts weiter, als hier eine, ähm, Bewegungsdistanz zu errechnen. So, das heißt, hier, wo wir sagen, okay, Keyboard, ähm, wo fangen wir mit dem Keyboard an? Hier unten von mir aus, ja. Sagen wir einfach, Val, ähm, Step ist, ups, ist gleich, 50 Einheiten mal Clock.Delta, ähm, Delta, ich meine natürlich das Delta, Entschuldigung, 50 mal Clock. und es heißt GetDelta, Cedric, was ist los mit dir heute? GetDelta, so, ähm, und diese, diese Step-Distanz, das ist jetzt das, was wir hier als, ähm, als Positionswechsel sozusagen verwenden werden. Das heißt, wir sagen hier einmal den Step rein, und hier unten sagen wir einmal Minus-Step. Und wenn wir das jetzt benutzen, also natürlich hier aktualisieren, und, und, selbstverständlich habe ich mich verschrieben, Clock muss natürlich groß geschrieben werden im Konstruktor, das ist ja logisch, denn alle Klassen sind immer groß geschrieben, außer ihr habt einen schlechten Programmierstil. So, jetzt. Und wenn ich das jetzt hier benutze, dann sehen wir hier, okay, es ist immer noch sehr, sehr schnell, wir haben offensichtlich eine sehr hohe Move-Distanz, das ist aber ungefähr das, was wir gerade eben auch schon hatten, während jetzt natürlich garantiert ist, dass die Schritte auf jedem Rechner gleich schnell ablaufen. Das heißt, jeder kann sich gleich schnell bewegen, egal wie viel oder wie hoch die Framerate ist. Die Clock nutzt sozusagen die Framerate aus und sagt, hey, ähm, dieser PC schafft hier die Update-Funktion 50 oder 60 mal die Sekunde, das heißt, das Clock-Delta ist 0,1. Und ein Rechner, der eben nur 30 Frames pro Sekunde schafft, der kriegt dann halt hier ein Clock-Delta von 0,2 oder sowas. Ähm, aber wir setzen das jetzt mal hier runter auf 10 Steps pro Sekunde, damit wir hier auch, oder 10 Einheiten pro, äh, ja, pro 1, ähm, und aktualisieren das Ganze. Und dann sehen wir, ja, jetzt ist das Ganze schon ein bisschen angenehmer. So ist es smooth. Und jetzt könnte ich hier als kleine Übung natürlich noch, wobei, wisst ihr was, das machen wir noch ganz kurz, weil ich gerade Lust drauf habe. Einmal brauchen wir natürlich noch ein W und einmal brauchen wir noch ein S. So, und, ähm, wir translatieren hier jetzt natürlich in Z-Richtung und hier auch in Z-Richtung. Und mal gucken, ob, äh, das ist falsch. Einmal muss es mit positiven Werten sein. Mal gucken, ob wir hier in die richtige Richtung translatieren. Ich habe keine Ahnung, weil die Kamera sich ständig dreht. Äh, oh, äh, das ist die Z-Richtung. Ah, das ist, das ist ungünstig. Ähm, okay, dann wollen wir offensichtlich in Y-Richtung translatieren. Ähm, ja, das, das ist ungewöhnlich. Da haben wir wohl irgendwo mal was gemacht, was ich nicht machen wollte. Ja, wunderschön. So, seht ihr das? Also, wenn ich W drücke, dann geht es nach vorne und wenn ich S drücke, geht es nach hinten. Richtig gut. Aber wenn ich natürlich meine Kamera drehe, dann ist S nach hinten, äh, nach vorne und W nach hinten. Also, es kommt natürlich immer auf die Kameraposition an. Okay, ja, und so könnt ihr das Ganze jetzt natürlich noch soweit erweitern, wie es euch Spaß macht. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.